So, und da sind wir wieder rein, mit unserer sexy Kassandra. In der letzten Folge haben wir den Tempel eingenommen. Und da haben wir einen sexy Bogen bekommen. Einen epischen. Und ja, jetzt schauen wir, wo uns die Reise hinführt. Jetzt sind wir da fertig gemacht. Dann würde ich das so machen, richtig so, so, zack, zack, trrrrp, und dann fahren wir da runter und dann fahren wir da her, und dann schießen wir das Bogen hin und her, warte mal. Den Kontinent haben wir gleich mal reingenommen, ne? So. Ich würde sagen, wir nehmen das Dorf rein, also. Also, bald sind wir über 14. Aber wir brauchen ja unbedingt noch einen Schmied, wenn wir die Sachen verkaufen können. So, Pertl, das lasst uns auch hängen. Das ist ein Bogen, der drüben. Uah. Uah. Ne? Oh, das ist ein Bogen, den wir vorher gehabt haben, glaube ich, ne? Bin mir nicht sicher, ne? Bin mir nicht mehr aufgehakt. Nee. Danke fürs Leder. Und zurück. Nein, der kommt mit dem Pferd nicht hoch, ne? Das ist blöd. So. Schauen wir mal an, was uns das Vogel sagt. Staatskasse wahrscheinlich dort vorne. Ai, 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 ai. Das wird was werden. Ich sag's euch, Leute. Das wird was werden, was ganz Großartiges. Ja, ja, ja. So. Wir zerstören ja alles. Alles nehmen wir auseinander. Hui. Das ist Huxel gebrochen. Ey, da kühlt die Pflaster drauf und passt schon. Weil Kassandra ist Kassandra, ne? Heiligtum. Was gibt's denn da? Ich mach mich unsichtbar. Ich nicht. Mach, 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 mach. Warte mal. Oh, ja. Ja, was ist da? Ekaros. Du kleine Nuss. Kodisten-Wache. Ausschalten. Fünf Stück. Kodisten-Wache. Was ist denn das jetzt? Was ist denn... Ich kenne ja Nuttisten. Ja, aber Kodisten. Ai, ai, ai. Ja. Ja, ich bin da in Radius irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Da sollst du mal schlau werden draus. Warte mal. Da bin ich ja, ne? Da. Was will der jetzt von mir? Na. Also. So. Gib mir mal Gas, Ekaros. So. Haben wir's jetzt. Ekaros. So viele Leute sind ja gar nicht hier, ne? Schauen wir mal gleich. Spirma magma. Er legt um die Antenen. Okay. Komm wieder rein. Ja, ja. Darf mich doch nicht sehen lassen. Das ist ja richtig blöd. Ach, nö. Komm, Mädchen. So. Wie immer, ne? Auf der Mauer, auf der Mauer. Oh, das ist der kleine Wanze. Schau dir mal die Wanze an. Und die Wanze tanzen kann. Das ist Sparta. Boroboro. Oh mein Gott. Machbar in Not. So, hat er jetzt einen Arm geschlagen, die alte? Schaubrake. Na klar. Und einer. Angeschissen. Das passt ja, ne? Sonst ist keiner in den Weg. Das läuft easy eigentlich hier, ne? Niemals. Was ist mit dir? Der macht mir richtig Dampf unter den Arsch. Warte mal. So. Gauschen. Der hat mich verpfiffen, die Eule. Warte mal. Steh'in. Arschgeige. Scheiß, die Wandern. Mach der Schaden, der Typ. Pisser. Merengue, Merengue. Boing, genau. Boing, genau. Ja, ja. Boing, genau. Hoppala. Ui. Ich muss mir zick-zack laufen. Ich fühl's besser. Ich versteck mich durch den Dümpel. Steh'in. Wie? Ich bin gar nicht hier. Doch, doch. Nein. So, jetzt bin ich in Sicherheit. Was machst du jetzt? Warte mal. So. Einsatzziele brauch ich. Wo finden die? Drei Stück. Vier Stück. Die machen mich fertig, ne? Das ist ja richtig fies. Okay. Müssen wir aufpassen. Kopfgeld-Diager ist ja in der Nähe. So weit haben wir alles, ne? Krass. Außer die vier Dinger müssen wir killen, ne? Okay. Der kommt zu. Nein, 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 nein. Was ist denn mit dir, oder? Du hast überhaupt noch Blut in deinem Leben? Oh, fast nicht. Oh, fast nicht, ne? Was hat's denn hier für Oschläche? Oh, da hast du das gesehen. Die hat er geschnickselt, dass er's mitmacht, alter. Oder? Ai, 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 ai. Keine Sorge. Die finden wir. Ja. Ach du Scheisse. Ist die aggressiv, die Tussi. Das wird entspannter. Poro, poro. Ich seh sie. Ich nicht. Ich kann nix. Miraculix. Ich kann nix. Musst du immer so gemein sein zu mir, alter? Ich hab dir nix getan. Miraculix. Alter. Das ist scheiße jetzt, alter. Jetzt stirbt eigentlich. Zwei auf ein. Das finde ich gar nicht so. Schön von euch. Die machen nur noch mehr, alter. Was ist denn mit dir? Stirbt doch. Ai, ai, ai. Aufheben. So, jetzt ist nur mehr einer. Puh. Da geht mir auch, der Lob. Was ist denn da gestiegen? Danke. Wir cashen die Tische. Mehr viel, hab sie nicht. Und Flauchen. Das müssen wir jetzt mit den drüben, den dicken, noch fertig machen. Dann haben wir das. Hoppala. Da. Locko, locko. Locko, locko. Ich seh' dich nicht. Ich fang' das Licht. Dieses Fress in deinem Herz. Nein. Und vergiss' nicht. Du kriegst mich nicht. Locko, locko. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Sie darf auf keinen Fall entkommen. Sicher? Komm schon. Ach, nö. Mist. Doch, doch. Du wirst nie gehören. Du wirst für mehr Schiff kämpfen, ein bisschen, ja? Wie die Bratwurst. Na, was macht er? Äsch, 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 äsch. Wir kommen Marmaron Police, don Fiosen, äsch, 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 äsch. Marmaron Police, wie? Police Academy? Alles für die Fische, ja, ja. Fantasie, Blähungen hast du? Was? Sie haben genug gesucht. Sie ist weg. Genau, hinter dir. Schauen wir mal, ich will den... So! Anheuer. Sehr gut, Herrlichung der Antenen-Provianer. So. Oh Gott. Kagoas Schiff. Was haben wir da? Warte mal, was hat denn der? Ach so, mein Gott. Das ist ja so ein Muschi, was wir nicht brauchen, ne? Der Riesentöter. Der schaut cool aus. Brandsperre 10%? Was ist denn der? Nehmen wir den. So. Seltener. Was haben wir da schönes? Okay, der ist hinter mir her anscheinend. Rang 1. Wo sind denn die eigentlich? Warte mal. Den haben wir auch getroffen. Vorhin. Wir sind immer Rang 8. Fähigkeiten haben wir auch noch. Ich weiß nicht, was ich skinnen soll. Keine Ahnung. Das können wir. So. Innen da. Wie schaut's denn da aus? Kassandra. Okay, okay, okay. All good stuff. Oh ja, epische Waffen haben wir auch. Start. Stizzle. Okay. Das müssen wir auch angehen, ne? Verdammt. Hm. Es ist einfach so viel grad. Beutel mit Drachmen. Okay. Episius. Okay. Heizern. Mhm. Gut zu wissen. Wir müssen richtig cashen die Dash. Ah, ja. Ja, 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 ja. Machen wir den da rauf? Den Kopf. So. Okay. Nichts. Nichts. Rapp. Hm. Nee. Wirklichkeiten haben wir noch das, ne? Ja. Wirklichkeiten haben wir noch das, ne? Porre porra. Tempel haben wir auseinandergenommen. Und... Machen wir das wirklich jetzt, oder? Ach, das geht's hier noch raus, ne? Polite, Polite. Polite, Polite. Entschuldigung. Ach ja, dass wir in Zeiten wieder gelebt haben, ne? Diese Wilden, die wir... So. Ja. Ja. Aber gut. Sandra, du schaffst das. Ich glaub an dich. Komm. So, komm. So, 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 so. Auf wieder. Zack, zapp, zapp. Sind wir hier? Hoppla. Ah, ja, warte mal. Ich glaube, es war zu früh. Eingesetzt. Ah, okay. Nee, da gibt's nix. Icarus mit ihren ihren Blick, ne? Müssen wir da rauf, ne? So. Was haben wir hier? Eine Quelle haben wir hier. Okay. Okay. Sehr schön. Okay. Ist auch gut. Ist bewusst, ne? Irgendwas rein. Da drückt's rein. Dann packen's raus. Und damit, damit gewaschen, ne? Mit Blüten und so. Das ist aber sehr seicht, das Wasser. Yippie, 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 yo. Yippie, yippie, yo. So. Kassandra, mach schon. Okay. Auf da. Jetzt ist es nur mein kleiner Bach. Okay, da müssen wir es versuchen rein. Ich würde sagen, wir holen uns einen kleinen Freund Icarus gleich. Hüi. Hüi. Ich bin schon cool gemacht. So. Höhle des, äh, Kratos. So. Ich höle. Höle, Höle, Höle. Kratos. Warum steckst du mich in die Hölle? Kratos, Kratos. So. Icarus, ist da nur einer drin? Nein, ich vertraue dir nicht so ganz. Einer. Da ist nur einer. Anführer des Dings, okay. Uhu, übrigens. Die Kassandra. Lass mal ran da. So. Ist das eine Rätsel? So. 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 Die rennt einfach die Wand hoch. Das ist ja Wahnsinn, die Frau. Die überrascht mich immer aufs Neue. Kling, kling. Okay. Na, 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 na. Wieso hat mein Gamepad jetzt vibriert? Ach du Scheiße. Das wird hart weg. Das wird hart weg. So. Ja, gescheit. Und hammer, 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 hammer. Na, 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 hammer, hammer, hammer. Hör mal, hammer. Hör mal, wer da hammer. So. Ja. Was ist mit den verlassenen Typen da? Was sind denn das hier drin? Hier passen die Wachen sicher gut auf. Scheiße. Was ist denn denn? Komisch drauf, ne? Der Typ. So. 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 Kann man jetzt anschleichen mit dem Typen oder so? Ich weiß nicht. Nicht verfügbar. Das ist zu einfach, einfach, ne? Das ist zu einfach, einfach, ne? Da ist er noch einer. Ach du Scheiße. Ich hätte ihn dann umbringen sollen. Ich bin die Cassandra. Ich bin nett, mache mein Bett und rauche keine Zigarette. Mach du Scheiße. Verpisst euch da oben. Geht weiter vor, bitte. Danke. Die sind viel mehr als gedacht. Zwei Anführer. Viel Freunde. Geht mal wieder auf Position, die Leute. Macht keinen Stress jetzt. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Cassandra, du musst es sagen, aber. Luft fahren. Gehen die jetzt? Gehen jetzt, ne? Sehr gut. Wenn ich erwischt werde, habe ich ein Problem. Oh ja. So. Die gehen jetzt zurück. Der ist jetzt auf Position. Die gehen jetzt zurück. Run! Ja. Oh ja. Ja, ja. Ich mache sie. Waffe ich? Ich mache sie. Scheisse! So, stand das aber nicht im Drehbuch. Arschgeil. Ich hab aber den Schatz. Nein, nicht wirklich so. Spring rüber. Flieg und zück. Das ist immer so ungefähr. Hoppala. Ausgerutscht. Scheisse, oder? Ach du Mist. Was für Harris? Komm mir mal. So. Ausweichen, ausweichen. Fick dich. Bitte. Leck mich doch. Fett, Alter. Guck. Ganz ruhig. Na, war's das? Das war's. Sehr gut. Was haben wir für Aufträge noch? Kistchen haben wir noch. Lass uns suchen. Na, wo ist denn das Kistchen jetzt? Da ist das Kistchen. Hoppala. Hoppala. Haben wir abgeschlossen, ne? Der hat nen Backpfeil wieder. Ding, ding. Da oben ist was. So. Ich seh das nicht. Immer... Die Höhle ist sowieso immer kritisch. Sachen zu finden. Egal. Egal. Ich zeig mal das. So. Da oben ist ziemlich viel Looten. Warte mal. Du sag mal. So. Gehen wir da rauf, ne? Wie Sachen zu finden? Wir müssen es noch... .. ... ... ... ... ... ... Sandrag, 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 Sandrag. Komm, mach's zu, mach's zu. Hm, haben wir's jetzt so weit? Nicht, okay. Haben wir nicht drachen, mein. So. Haben wir's jetzt? Nicht, okay. Haben wir's jetzt? Können wir jetzt rausgehen? Uah, die Kamera, eh. Bisschen, liebe. So. Auf hinten, nein. Wie kommen wir jetzt da hinauf wieder? Jetzt müssen wir da hinunter. So. Ich glaub, hier ist immer aber nicht gekommen, oder? Das ist ein ganz anderer Weg jetzt. Mein ganzes Leben lang hörte ich Geschichten über Leonidas. Ich kann nicht glauben, dass ich endlich hier bin. Ach du Scheiße, das ist der Geheimgepiksbach, äh, was? Okay. Ein paar Fotos. So, das andere. Scanda. Wie, 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 wie. Wie, wie, wie. So, wie, wie das ist. Oben. Na, oben. Hmmmm. Mal rausfliegen, ne? Und dann... so. Grrrr. Weiß nicht, ob ich die Fotos gut sind, oder? Ah ja. Na ja. Ja, Cassandra. Was machen wir jetzt? Warte mal, wo sind die überhaupt? Ach du Scheiße. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin, oder? Keine Fotos, alle Fotos. Na? Das ist ein Hafen. Äh... Das Gebiet wollte ich nicht noch betreten. Und dann wollte ich hier hin. So. Ja, Cassandra. Das heißt, wieder Bergsteigen, ne? Für dich. Weil du wieder zuvor schwarzt und dann wieder... alles besteigen wolltest. So. Ja. Ja. Hm. Warum? So. Na komm, vorher bist du noch raufgelaufen, so in die Wände, ne? Und jetzt, dann strengst du dich so an. Ja. Ja. Aber ich kann was starten. Na. Bin zu weit oben da wahrscheinlich. Dass er was erkennen kann. Na. Na, dann laufen wir mal, Cassandra. Die kleine Birkzeige. So. Ja. Dann läuft das. Wie gesagt, über Stock und Stein, das wird kein leichter Weg heute sein. Was war? Hm? Da war was? Ach ja. Nö. Mit? Mit um ein Bild schneller. Keine Wachen. Haben wir schon nicht? Kommt schon vor, ne? Haben doch schon mal aufgemischt hier, oder? Nein, das war ein anderes Lager, ne? Also unser Plan ist einmal D-Zweig-Fashion-Mitzen befreien. Dafür müssen wir da oben rauf, okay. So, Icarus. Gib uns an Zungenkosten. Das macht schon die ODs sehr. Gute kleine Lesben-Freundin. Da haben wir schön mitgenommen, nicht so? Level 14. Ja, sehr nice. Das kommt sehr gelegen, gerade. Schaden verbessert. Jawohl. Inventarfähigkeiten. Alter Schwede, weg im Gas. Schiff. Machen wir das. Schiff ist... Au. Episch ist er jetzt auch. Oh yeah. So. Wann haben wir jetzt den Rafter noch? Da haben wir irgendwann einen guten Kopf, ne? Der mit 10% Brandsperre. Also den haben wir schon. Ah, okay. Da haben wir die kleine Lesbe. Lesbe. Entlassen. Den brauchen wir halt nur in den Kaschpack. So. Den Typen weiß ich noch nicht. Hm. So, da unten sieht man Schaden, ne? Ah, Sperian-Ding. Okay. Das ist was besser, ne? Das ist was besser, ne? Hm. Wann mal. Damsschaden, Feuerschaden. Wann mal. Damsschaden, Feuerschaden. Zwei Fähigkeitspunkte haben wir jetzt schon da. Ich weiß nicht, was ich skillen soll eigentlich. Das ist das Problem. Ja, das kann man ja nicht. 30% mehr Ding. Okay. Mhm. Ja, nochmal richtig schön reingeklatscht. Verfügbare Boots, äh, eigentlich Bootsländer, leeren Platz. Ja, 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 haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon. So, nochmal Icarus Lage checken. Ist das wirklich jetzt alles? Okay, okay, okay. Wir haben freie Fahrt. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ist nur da auch oben. Glaub mir, du willst überhaupt nicht hier sein. Was ist denn jetzt kaputt? Arschkeige. Arschloch. So. Ich sehe sie. Arschloch. Wer schießt da? Ich verspreche dir einen qualvollen Tod. Ich hab sie. Wo bist du? Da! Ich seh' sie! Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach wird! Pfff! Abwe! Jetzt müssen wir kämpfen, ne? Setz selber schon! Was denn was? Und kämpfe! Zack, bumm, oder? Fug's gleich wieder! Was ist mit dir? Scheiße! Was bist du jetzt, oder? So, oder? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Muss ich ohnehin entsorgen, nachher? So, schütt's aus! Ekarus! Lage! Hm? Jetzt noch mal einen, einen Typ da, ne? So! Okay! Dann markieren wir uns den Gauner! So! So! Was hast du denn schon Spaß? Danke! Oh, der hat viele Sachen drin gehabt! Hat ja richtig gelohnt jetzt! So! Versuchen bitte! Und das Lager gehört uns! Ein Bogen, Level 14! Nur, oka! wo ist denn es dahinter siehst du siehst du siehst du hast du hast du Jetzt müssen wir ihn nicht auf vorne schauen. Na, Kassandra, muss schon looten. Na, der Eko will ja schon wieder losfliegen. Das ist nicht hier. Eieieie. Es hört gar nicht mehr auf, hier zum Looten. Da. Hoppala. Okay. Das haben wir. Okay. Die armen Miezen. Ja. Dann haben wir das auch geschafft. Dann würde ich sagen, wir machen uns dorthin auf den Weg. Und, ja. Schauen wir mal, was da passiert drüben. So, müssen wir rausnehmen. Hier. Ach, nö. Da. Da rüber. Dann sind wir flink. Ich, ne. Hoppala. Kassandra, spring runter. Komm. Du bist so hardcore. Oh Gott. Du bist so eine toughe Sau. Echte. So tough ist die. Oh. Eine Bären. Ein weiser Bär. Ein weiser Bär. Oh ja. Ein weiser Bär. Ja, Bär, Bär. Ein roter Bär. Ein roter Bär. Wir haben's nicht schwer. Der rote Bär. Ne. Ganz ruhig. Der rote Bär. Der rote Bär. Ruften Braun Bär. Der rote Bär. Der rote Bär. Der rote Bär. Die sind Arschherr. Ganz ruhig. Nein, 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 geh weg, heiler. Jetzt hat er mich. Alpha-Bär, du gehst mir am Arsch. So, was ist mit euch? Bo, bo, so. Heiler. Scheiß die Wand an. Darf man nicht unterschätzen, ne? So eine Attacke von den Bären. Bärenschutz. Oh, jetzt hat er einen Kollegen zu. Gott sei Dank, können die nicht klettern, oder? Können die klettern? Arschgeigen. Warte mal. Nicht groß. Nicht verfügbar. So. Auf. Das sind noch einer... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja. Ah. Arschpern. Da komm ja. Du geh mich. Hoppe. Gleich bist du mehr. So. Wie schmeckt dir das? Malakka. Komm dann mal raus, Junge. Was bist denn du? Bist du so ein Jungbär oder was? Junggebär. So. Tschüss. Das ist nicht alles. Oh ja. 16er Hammer. Aber hier. 13er Schwert. Warte mal. Wir haben doch ein Schwert bekommen, oder? Vorhin. Oh ja. Ein episches Schwert. Ohne Scheiß. Es ist super. Es ist echt super, ja? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Äh. 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 Oder sonst noch reinstecken. So. Da ist der Betz. Gib mir mal dein Fell. Alles. So. Was machen wir als nächstes? Als nächstes machen wir das da. Aber dazu brauchen wir noch einen Icarus. Ja. Wir sind eine richtige Maschine. Wir marschieren da durch. So. Und die Bären aus. Da ist gerade da hinten. Bernd der Schutzklampen. Da, ne? La mia banditen lagal. Ei. Hier ist jemand. Gamos ist Dios. Nein. Eme. Gegner markieren. Du dufst wohl Ärger, hä? Ja, komm her. Oh. Wie schmeckt dir das, oder? Was ist dein Ärger? Was ist denn da schönes? So. Können wir mal checken die Lage. Hm. Seid ihr ein bisschen besser aufgestellt da schon, ne? El Banditos. Aber so viele seid ihr auch nicht mehr. Puh. Oh. So. Kämpfen wir. Ich wollte nicht kämpfen. Wie schnell sieht das? Deiner. Ich bin die Cassandra. Lass mal ran da. Ja. Ja, warte mal Kollege. Ich muss da mal blindern. So. So viel Zeit muss sein. Für ein bisschen Zärtlichkeit. Also da. Ding, 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 ding. Das höre ich dir. Aber wo ist das? Wo ist mein Schatz? Hm? Du hast es gesagt? Ja. Naturgüter haben wir auch hier. Haben wir das Lager auch geschafft, ne? Kling, kling. Einmal noch. Oh. Wollen wir Luft, Alter? Komm. Schieß. Komm mal. Marschieren. Was? Was bist denn du überhaupt für einer? Muss mal schauen. Geh zum Hafen. Ein Mann namens Barnabas heuert Seeleute für mein Schiff an. Barnabas? Was ist denn das für ein Muschi überhaupt gewesen? Warte mal. Da, 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 da. Da. Neu. Hey. Entlassen. Kausch. Schuhe aufbausen. So. Ich würde sagen, ne? Wir waren da richtig erfolgreich heute. Und, ja. Hat passt, ne? Hat mir gefreut mit euch, ne? Wollte ich sagen mal. Ciao, ciao. Baba. Bis morgen um 2. Ja? Bis passt sogar, ne? Bis morgen.